Ich weiß nicht, ob die spawnen uns jetzt unendlich hier nach oder wie? Hey, da lauf ich da einfach mal durch. Pam, pam. Nee, dann können die auch nicht uns unendlich hier nach spawnen. Das fände ich jetzt, auch wenn ich fett bin. Äh, ziemlich assi. Das Abenteuer von Gulliver spiele ich hier gerade nach. Nur, dass der nicht so hartgeil war wie die Alice gerade hier. Ich weiß nicht, muss der irgendwie dagegen schlagen oder wie? Weil die spawnen ja echt permanent neu. Ich weiß es echt nicht. Ich muss da drauf treten. Okay. Bam hab ich dir gegeben, ey. Die ist ganz schön lahm. Ach nö, das wär überhaupt nicht easy. Das sind diese, das sind diese gepanzerten. Aua. Das sind die stärkeren. Alter, das wär ja mega krank gewesen, das normalen zu machen. Ich sollte aufpassen, dass das Ding nicht anreift. Ich sollte aufpassen, dass das Ding nicht anreift. Bam. 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 Riesenpower. Oh. Zweimal trampeln. Dreimal. Schritt vor. Oh. 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 ich das nicht getroffen haf drauf also nicht easy auch wenn ich fett bin kaputt ah ja ok wow ok jetzt gebe ich dir auch auf presse alter wie assi zack drauf wegzerstammten das müssen wir jetzt dreimal machen na stampf stampf ich stampfe durch das dorf stampf stampf ich stampfe mit dem torf stampf stampf schachbretter kaputt stampf 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 ich lege alles in Schutt bam es macht sogar spaß das an kaputt zu machen irgendwie hier hier ihr könnt mich nicht aufhalten ich bin fett Alice die sollte abnehmen die sollte bei den biggest loser boah scheiße das könnte hart werden alter weg einmal weg ich muss immer aufpassen weil es schießt er auf mich so zack 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 ah komm mach's stampfe viele kleine wichte können nichts alles so kleine narren wir haben blut wir haben nicht gluten können das ist ja das ist ja scheiße weg mit der kacke ja scheiß auf den hätte fertig habe elefantenhaut ganz knapp draußen weg mit der kacke tut weh ja pech ne barben kommt stampf da hinten ist noch ein herz ich mach das aber weil es lustig ist da ist auch ein turm stamm 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 ich laufe durch das da wie knapp ausgeglichen sind ob das gesehen der ballert ist noch auf mich weil ich überlege hat wir machen das am klug am klügsten ja erstmal einen schnell zerstampfen laufen hier so um drum da war kaputt da muss man glaube ich stampfen weil es zu viele ich hätte ja gern für jeden den ich jetzt erstampft habe so ein zahn gekriegt dann würde ich nicht stehen bleiben warten bis ich alles irgendwie so 20 mal geupgradet habe da habe ich da das waschen das war ein leicht ein leicht eindämmen den befall das schön so um drum da kann man das jetzt aber jetzt mal schnell raus der turm der kurz durch die ganze zeit schon an der prüberschrift die da sind wir jetzt gleich beim herr beim herz der turm da da ich hier 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 Äh, jaaa. Komm ey, was willst du denn? Die machen die Tunnel nicht mal weh, die sind wie zu klein. So Mini-Schläge da, da... Den kannst du dich befriedigen, wenn das also echt bittig. Soll es dich eigentlich... Ist ja lustig. Sind die demotiviert oder was? Zwei mutige sind noch da. Was ist mit dem denn los? Mir war mal kein Bock mehr oder wie? Naja. War dann halt ein easy kill, ne? Oh, wir geben nicht auf. Wir machen jetzt noch dein Herzchen kaputt. Warte, die assi, die halt ist ne Pfaff zerquetschen. So, diesmal machen wir alles kaputt. Drink me. Okay. Dann bist du ja wieder klein, das weißt du. Da hab ich gleich alles in sich reinkippt, ne? Ich mach aber weiter. Vorher... Haben wir hier noch was zu machen, ne? Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Alas der Isis. Und er ist der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Wow. Hab mich jetzt echt überrascht. Oh man! Das hat... Leck! Ich hab gleich die Zähne auch gar nicht erwischt. So, wollen wir mal sehen was... Ein Erz! Keine Gegner? Hm. Ging ja schnell kaputt. Arme Königin, hey. Gepfeffertes Herz auch noch. Kann man wortwörtlich sagen, die Königin ist scharf. Ne? 4.600 Zähne. Boah! Geil, ey! Jetzt haben wir ja alle von dem Stage erreicht, ne? Oh. Ah! Okay. Ja, ist mir scheißegal was ihr da macht. Ich hol mir erstmal... Äh... Einen Scheiß. Achso! Ist eigentlich eine easy Technik das so zu machen. Lässt sie einfach so auf die eine Seite... Oder ist hier ein Turret? Ja, bevor die neu spawnen... Machen wir erstmal kaputt. Er ist kein Ding. Leute! Oh, warte mal, ich muss noch was abholen. Ein paar Zähnchen. Los! Mach ne Rolle! Ist die... Ist die schwerfällig, ey. Joa, hat ganz leicht getroffen, ne? Awarded Killer, natürlich. Weil sie so riesig ist. Fette Alice. Bam. Bam. Oh, Fußabdrücke. Die wieder weggehen. Ziehen wir hier die Ranke raus. Blut, Blut, Blut. Spritz, Spritz, Spritz. Ah, neue Freunde. So, dann machen wir die Standard-Taktik. Äh, die sich als Standard-Taktik jetzt einfach bewährt hat. Wir laufen einfach rum drum und ballern dann rein. Und die letzten beiden. Kleiner Leck wieder. Ja, auf das, ey. Du, 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 du. Du, 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 du. kleiner Spaziergang. Mal... den Spawn demolieren. Bisschen Ding hier ausweichen. Alles easy peasy eigentlich, ne? Man muss halt erstmal den Dreh rauskriegen. Aber wir sind auf einer sich drehenden Plattform. Das ist nie. Ja, die schwebt in der Luft. Okay. Ich hab das gesehen, nämlich, dass außenrum... Ah, da sind auch Karten. Ein Fluss mit Karten. Ein geiles Ong. Ein geiles Ong wie Rondon. Environment. Da fliegen wir so hinten irgendwas rein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Doch die LS verräts uns nicht. Ich reib heute wieder richtig schlecht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das in der Zeit hier schaffen. Ah, komm ey. Mit der Scheiße. Aha. Und auf einmal sind wir da. Vollkommen normal. Na ja, gehen wir mal weiter, ne? Nicht so lange hier aufhalten. Wird es uns langweilig hier. Eine Blume. Was ist das denn? Na ja, egal. Was mich beruhigt, ist, dass wir diesen einen Sichelfuzzi nicht mehr haben. Was ist das denn hier bei der Dpersteilung??